Boah, Freunde! Schaut mal, heute sind Odi und ich kleine Babys! Odi, nicht weinen! Wir müssen nämlich heute uns verstecken vor den bösen Erwachsenen, die uns backen wollen! Ich will nicht gebacken werden, Bricks hier! Komm, wir müssen hier rein! Komm rein, schnell! Komm schon, komm schon, komm schon! Es fehlt noch einer, komm schon! Einer muss noch hierher kommen! Komm schon rein! Okay, es geht los, es geht los, es geht los! Boah, richtig viele! Wir nehmen das Schiff Mamas Übersee! Mamas Übersee? Ich bin ein Baby! Ich bin ein Baby, ich muss mich verstecken! Lauf, Bricks, sie lauf, ich seh dich! Okay! Hinter dir ist einer, Vorsicht! Nein, ich hab mich versteckt, Odi! Oh, sag mir, wenn du gefangen wurdest! Ich wurde gefangen! Nein, ich auch! Oh, Mann, der will mich bestimmt jetzt backen! Oh, Mann! Ich bin im Backofen, kann mir einer helfen? Hilfe! Oh, in 56 Sekunden, mir wird warm hier! Oh, ich werde gebacken, Bricks hier! Nein, 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 nein! Oh, Mann, Odi, ich bin auch jetzt... Mann, die haben uns nicht geholfen! Das ist voll unfair! Oh, wir haben die Runde verloren, aber jetzt müssen wir die Kinder suchen, Odi! Haha, ich bin Becker! Der läuft weg, ich werde ihn fangen! Odi, fang ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn doch nicht! Wo ist der? Wo ist denn das kleine Baby jetzt hin? Der hat sich versteckt, der Blödmann! Oh, Mann, ey, ich hab ihn fast gehabt, Bricks! Da ist er! Ich seh ihn! Der ist hier, 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 hier! Ich hab ihn gleich, Odi! Oh, der ist nach oben gedüst! Hier unten ist einer, der glänzt! Hier oben ist einer, hier oben ist einer! Hab ihn gefangen! Und drei mit dir! Einer ist runtergefallen! Ich passe jetzt auf, dass ihn keiner hier rausholt! Oh, kommt doch! Ich seh das letzte Baby hier hinten! Oh, hier hinten hast du ihn gefangen? Da ist er! Er ist reingerannt! Okay, ich gehe hier herein! Ich fang ihn von unten! Wo ist er denn? Ich glaub, hier! Hier draußen, Bricks, hier! Ich komm, ich komm! Haben die alle wieder... Sehr gut! Ich schneid ihm den Weg ab! Ich schneid ihm den Weg ab! Wo ist er? Er ist abgehauen! Die haben die Runde gewonnen, Odi! Oh, Mann, die waren viel besser als wir! Wir machen das jetzt viel besser, Odi! Komm! Ist das? Reicht! Wie bin ich denn? Das macht doch gar keinen Sinn! Wieso bin ich im Backofen? Wo bist du? Unten im Backofen irgendwo! Wie hat er mich denn gefangen? Ich hab mich geklont! Komm raus, Bricks! Du bist der beste Odi! Du bist der beste Odi! Lauf, 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 lauf! Ich lauf nach oben! Ich lauf nach oben! Nein, ich wurde reingepackt! Wirklich? Ja, aber die warten! Die campen hier auf mich! Nein, 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 nein! Oh! Beiß ihn! Beiß ihn! Der hat mich einfach ins Wasser geworfen! Mann, Odi, komm schnell in die Mitte! Na los, na los, na los! Okay, sehr gut! Wir müssen das jetzt gewinnen, Odi! Das schaffen wir, Bricks hier! Die dürfen uns nicht backen! Leute, was sollen wir nehmen? Mamas Kaffee oder Pizza? Pizza! Pizza! Ja, ich liebe Pizza! Leute, was mögt ihr eigentlich? Oh, ich bin ein Koch! Ich muss die Bibel schaden! Ich auch! Oh, er ist weggesprungen! Hier ist einer! Ich sehe seine Spur! Ich lauf ihm hinterher! Oh! Na gut! Hab ihn! Hahaha! Ab in den Backofen mit dir! Hier rennt noch ein kleines Baby, Bricks hier! Hab ihn! Tja, schön! So, wo können wir ihn backen? Hier drüben! Pass auf den hier vorne auf, Odi! Ich pass auf! Da ist den keiner weg! Wir haben gewonnen! Juhu! Wir spielen zwei! Ja, zwei gegen die zwei! Genau! Lauf, Odi, lauf! Lauf! Guck mal, was ich kann! Boom! Oh, das ist ja voll cool! Baby-Klone! Ich warte jetzt einfach hier! Oh nein, er hat dich gefahren! Nein, er hat mich! Oh, der Blödmann! Ich beiß ihn jetzt! Oh Mann, er hat mich ins Ofen gepackt! Wo bist du? Unten im Ofen! Du siehst das! Okay, da bist du! Warte, ich helfe dir gleich! Sind die noch beim Ofen? Ich seh's nicht! Wenn ich... Acht Sekunden, beeil dich! Ich komm, ich komm, Odi! Hab dich rausgeholt! Lauf! Sehr gut! Lauf um dein Leben! Lauf, lauf, lauf! Hast du's geschafft? Ja, ich hab's geschafft! Du? Ja, ich hab's auch geschafft, Odi! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Braxy! Lauf! Ich lauf schon, ich lauf schon, ich lauf schon! Oh nein, ich bin gestorben, Odi! Fünf Sekunden noch, bitte! So bist du gestorben! Ich bleib am Leben, Braxy! Zwei, eins... Wir haben gewonnen! Yippie! Wir konnten uns nicht fangen, Odi! Ist so! Ich raff ihn mit einem! Hab einen! Sehr gut, sehr gut! Ich hab den anderen gleich, ich hab den anderen gleich! Wo will der hin? Wo ist er? Er soll nur kommen! Hab ihn! Du hast ihn wirklich! Wir haben gewonnen! Gewonnen! Oh nein, jetzt ist er alleine! Wow! Wir haben wirklich gewonnen! Du hast recht, Braxy! Wir haben alle Runden gewonnen! Leute, wenn ihr mal zusammen mit mir und Odi auch dieses coole Spiel spielen wollt, dann lasst jetzt ein kostenloses Like da und abonniert den Kanal, denn wenn wir die 200.000 Abonnenten erreicht haben, dann werde ich mein Gesicht zeigen! Also teilt das Video mit allen euren Schulfreunden! Okay, wo gehen wir hin, Odi? Hier! In die Mitte, komm schnell! Okay, sehr gut! Oh, bitte sind wir wieder in einem Team! Das wäre mega cool! Das wäre voll cool! Ah, wir nehmen den Burger Platz! Boah, ich liebe Burger Bricks hier! Ich liebe auch Burgers und Pizza! Cool! Wir sind Babys, wir sind Babys! Wir sind Babys! Lauf! Nein, die Tür ist zu! Ich habe sie zugemacht! Du hast meine Tür zugemacht! Lauf, 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 Bricks hier! Ich laufe um ein Leben! Zwei gegen zwei! Wo bist du? Hier, hier, hier! Bleib einfach hier in der Ecke! Okay! Dann können wir hier einfach durchlaufen! Wir werden uns hier niemals hitten! Er ist da! Lauf! Lauf, Udi, lauf! Komm, komm, komm durch und mach die Tür zu! Sehr gut, sehr gut! Der läuft da hinten, der Blödmann, der hat gar keine Ahnung! Komm mit, komm mit! Okay, ich gehe hier rein, komm rein, mach zu! Hab ich! Und jetzt? Wir können da durch... Komm, komm, komm durch, komm durch! Ich bin durch, ich bin durch! Oh Gott, Udi! Lauf, lauf, lauf! Mach die Tür auf! Du hast die Tür zugemacht! Hab ich nicht, du Blödmann! Okay! Komm schon, 13 Sekunden nur noch! Mach die Tür zu! Hab die Tür zugemacht! Sehr gut! Okay, komm, ich habe ihn eingesperrt! Ich bin hier oben! Komm hier, hier! Ich habe mich hier versteckt, Udi! Wir haben gewonnen! Juhu! Wir sind einfach die Besten! Jetzt müssen wir die fangen, Udi! Komm! Angreif! Hab ihn! Hab ihn! Die sind ja voll schlecht, Braggs, hier! Egal, dafür sind wir jetzt wieder Babys! Yippie! Okay, lauf, Udi! Komm, komm, komm! Oh, zu! Ha! So ein Doofkopf! Lass uns hier verstecken, komm! Ich verstecke mich oben! Okay, ich bleibe genau hier stehen! Dann kann er uns nicht finden! Es hier, es hier! Nein, er hat mich! Okay, Udi, ich werde dich befreien! Ich beiß den Blödmann! Beiß ihn, beiß ihn! Au! Au! Ich habe ihn gegessen! Ich sehe es! Lauf weg, schnell! Nein, 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 nein! Nein, Udi! Alles gut, alles gut! Ich habe es gleich, Braggsie! Er ist weggelaufen! So, ich habe zugemacht! Ich gehe mal gucken, was der macht! Wo ist der? Guck mal, der ist so blöd! Der ist hier drüben, der sucht dich! So ein Dummkopf! Hallo, hier bin ich! Hallo, hier sind wir! Und Tür zu! Udi, du kannst hier hochgehen! Er kommt! Er kommt zu dir! Ich bin weg! Wir haben gewonnen! Ich bin zu! Yippie! Das ist ja mega cool, Alter! Boah, Leute! Lass uns die letzte Runde machen, Udi! Hallo, Spraggsie! Wir sind einfach die Besten! Lass Kaffee Dach nehmen! Kaffee Dach! Boah, das sieht voll cool aus! Ich bin ein Jäger! Ich bin ein Baby! Wirklich? Ja! Du kriegst mich niemals! Ha! Oh! Oh nein! Nein, er hat mich! Er hat dich gefangen, Udi! Oh, das ist so unfair! Nein, das ist nicht unfair! Du musst halt schneller sein! Er kämpft hier gerade! Das ist voll blöd! Wir haben gewonnen, Udi! Mann, ey! Komm her, Brexie! Ich werde dich essen! Nein, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, Udi! Ich hab dir nichts getan, Udi! Ess dich jetzt gleich! Ah! Nein! Nein! Ich wurde gefangen! Oh, bitte! Komm schon! Er muss mich retten! Ich hab noch 16 Sekunden! Brexie! Hat er dich... Hat er dich gerettet? Er hat mich gerettet! Er ist der Beste! Nein! Nein! Ich wurde schon wieder gefangen! Das ist ja voll gemein! Komm schon, er muss mich wieder retten! Er wird dich nicht retten können! Er hat mich gerettet! Er hat dich gerettet? Er hat mich gerettet! Du Blödmann! Der wächst dich die ganze Zeit! Hallo! Ihr seid viel zu viele! Wir waren nur zu zweit! Haha! Ich werde dich jetzt fangen! Mir egal! Hm! Wo bist du hin, Udi? Hä? Ich bin ein Baby! Ich werde dich fangen, Udi! Jess! Nein! Ich beiß mich! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Hör auf zu beißen! Hi mit dir! Oh Mann! Machen wir das hier zu! Damit dich keiner holen kann! So! Du bist viel zu gut, Brexie! Nein, ich bin nicht zu gut! Und ich will genau hier bleiben, Udi! Keiner darf dich retten! Hä? Ah! Ich wurde gerettet! Tschüss! Hm? Und ich fang dich jetzt! Kannst du gar nicht! Bist du sicher? Oh! Du Eierkorb! Hab dich gefangen, Udi! Oh Mann! Das ist so unfair! Was war's mit deiner Rettung? Wo ist deine Rettung jetzt? Oh! Ich bin runtergefallen! Tschüss! Oh, die ist auch runtergefallen! Oh Mann! Ich werde gleich gerettet, glaube ich, oder? Der Noob, der muss dich... Nein, wirst du nicht! Du bist tot, oder? Haha! Oh Mann, ich bin tot! Okay! Äh... Wir haben verloren! Das ist voll blöd! Yippie! Wo ist der denn hin? Der hat voll gecheatet! Oh, ich muss raus! Ich muss raus! Ich muss hier schleunigst los! Rexy, ich bin hinter dir! Bist du gar nicht! Ah! Ich bin... Du dummkommst! Oh Mann! Ich bin runtergefallen! Das ist unfair! Oh nein, noch einer ist runtergefallen! Jetzt ist nur noch einer! Aber der ist ja richtig gut versteckt, Udi! Wo ist er denn? Das werde ich dir doch nicht verraten, sonst verlieren wir! Wo ist er denn, Brexier? Bist am ihm vorbeigelaufen, du Dussel! Lügt nicht! Nein, wirklich! Bist du wirklich? Wo ist er denn? Ich hab ihn! Warum hab ich's dir gesagt? Aha! Odi! Die Wanne! Okay, Leute, das war mega cool! Vergesst nicht, wenn ihr zusammen mit mir und Odi spielen möchtet, lasst ein Like und ein Abo da, denn jetzt gehen wir auf ein Abenteuer! Bleib bis zum Schluss dran! Los! Oh, Freunde! Heute machen Odi und ich only ab! Das heißt, wir können nur nach oben gehen und dürfen nicht runterfallen! Und das Video endet erst dann, wenn wir runtergefallen sind! Also schau es unbedingt bis zum Schluss! Und schreib uns mal unten in die Kommentare, wie weit du gekommen wärst! Stimmt's, Odi? Genau, Brexier! Und hier geht's los, Odi! Wir dürfen dann nicht mehr runterfallen! So! Dann sprennen! Wow, wow! Das ist auf jeden Fall voll einfach! Warum sollten wir hier runterfallen, Odi? Ist so! Aber das geht richtig hoch! Hast du Höhenangst? Ich hab vor allem Angst, das weißt du doch! Okay, hier wird's jetzt ein bisschen kritisch, aber ich glaube, wir können das schaffen! So! Wie komm ich denn jetzt hier hoch? Hm, hier einfach! Und dann? Und dann wieder zurück! Nee, jetzt wirklich! Hier müssen wir noch irgendwie hoch! Vielleicht können wir einfach... Ach stimmt, man kann klettern, Odi! Achso! So, hier hoch! Odi, komm! Wir sind schon sehr weit oben, Odi! Oh, cool! Warte mal! Boah, das geht noch so weit nach oben! Boah! Denkst du, wir schaffen das? Ich hoffe mal! Komm mit! Hoch! Oh! Oh mein Gott, Odi, pass auf! Hier, Brexier! Hier hoch und dann hier rüber! Hier, 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 hier! Okay! Wir dürfen auf gar keinen Fall runterfallen, sonst endet das Video! Oh, wir sind schon... Guck mal, wir sind schon viel höher als die Häuser hier hinten! Hm, das ist schon richtig hoch und schau mal nach oben! Es geht noch viel weiter nach oben, Odi! Oh, komm, lass uns an die Spitze! Bis zum Weltall? Ja! Oh, das wird krass! Können wir... Nein, können wir nicht! Oh! Ich bin fast runtergefallen! Du darfst nicht runterfallen, Brexier! Ja, ich versuche aufzupassen, das ist richtig, richtig komisch hier! Können wir hier hochklettern? Nein! Oh, nein! Da ist einer runtergefallen, Odi! Ehrlich? Ja, da ist einer wirklich runtergefallen! Ha, der hat verloren, der Blödmann! Oh, das ist schon richtig hoch, Odi! Ah! Oh Gott, da war das knapp! Komm schon! Das war doch voll einfach! Jetzt wird's schwer! Oh, Brexier! Oh, vorsichtig! Balancieren! Mach keine Tricks, Odi! Oh, nee! Oh! Warte mal, wir können doch hier... Wir können doch hier abkürzen! Will ich hier wirklich rüberspringen? Was, wenn's nicht klappt? Dann ist das Video vorbei! Ich schaff das, Brixi. Oh, guck, er hat es auch gemacht. Okay, dann komm. Dann machen wir es. Leute, ihr müsst mir jetzt helfen. Lasst alle jetzt ein Like da, damit ich das schaffe. Okay, Udi. Willst du oder soll ich zuerst? Du zuerst. Und los. Ich habe es geschafft, Udi. Jetzt du. Wow, wir haben es beide geschafft. Aber nur, weil die Leute geliked haben. Ja, das war mega cool. Leute, seht ihr, weil ihr geliked habt, haben wir beide es geschafft. Okay, wir müssen jetzt hier hochgehen. Pass auf, Udi. Du musst dich an die rechte Seite halten, sonst rutschst du runter. Du hast recht, Brixi. Oh, wir müssen gleich springen. Und Sprung. Schau mal, rechts unten ist die ganze Stadt. Oh, Udi. Wir sind so weit oben. Wir dürfen jetzt nicht runterfallen. Du hast recht, Brixi. Oh, okay. Was ist das denn hier? Hier ist ein Elefant. Warum ist hier ein Elefant? Hallo, Elefant. Hallo, Kinder. Hä? Kannst du reden, Elefant? Ich bin ein Zauber-Elefant. Brixi, hast du das gehört? Ein Zauber-Elefant. Okay, Zauber-Elefant. Wir müssen jetzt ganz nach oben. Bis später. Halt nicht runter, Kinder. Okay, Udi. Wie gehen wir denn jetzt hier? Ich glaube, hier, Udi. Hier, schau mal. Okay, und jetzt hier rüber. Kommt da an. Auf die Gleisen, auf die Gleisen hier. Okay, los, Brixi. Du zuerst. Oh, das war knapp. Vorsichtig, Udi. Balancieren, Brixi. Ich mache schon nicht. Oh, das war knapp. Okay. Hochklattern. Oh, darfst du es? Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Sehr gut, Udi. Das ist schon so hoch. Du hast recht, Brixi. Los, das ist einfach. Oh, Udi. Schau mal nach oben. Wir müssen noch so weit nach oben. Oh, Brixi. Das ist ja extrem weit. Wir müssen Gas geben. Wir müssen wirklich ein bisschen Gas geben. Aber auch nicht zu viel. Sonst fallen wir runter. Du hast recht, Brixi. Ja? Dann jetzt. Oh, oh, hier hoch, Udi. Geht da? Oh, ich dachte, ich wäre runtergefallen. Oh, das war knapp, Udi, Mann. Komm. Okay, ich komme schon. Geht das wirklich? Ich habe es geschafft. Oh, ich auch. Sehr gut. Müssen wir hier hoch? Und hier hoch? Brixi. Das war richtig knapp, Udi. Ich dachte, du wärst runtergefallen. Ich dachte auch kurz, ich bin runtergefallen. Wo bist du denn? Naja, ich bin runtergefallen, aber nicht ganz nach unten. Ich warte hier oben auf dich. Okay, warte, Udi. Komm schon. Geh hoch. Dann bist du hier hoch. Nicht da. Ja, aber das... Nee, 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 nicht da. Oh Gott, oh Gott. Geh wieder zurück. Hier an der Seite. Genau. Oh, das war wirklich knapp, Udi. Jetzt hier hoch. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind ganz oben fast. Ohoho. Los geht's, Rex hier. Jetzt hier hoch. Das ist einfach. Zalala. Aber wie sind die Züge hier hochgekommen? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Das macht aber so viel Spaß, Udi. Jetzt müssen wir Anlauf nehmen. Und Sprung. Du fahrgast. Warte, Udi. Wir müssen richtig aufpassen. Doppelsprung. Oh. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Ich auch. Und jetzt? Ich mach nochmal einen Doppelsprung. Ich hab Angst. Manche nicht. Hä? Oh. Warte mal. Da steht nicht... Nicht dahin gehen. Sollen wir da vielleicht... Aber wo sollen wir sonst hin? Hier ist doch nichts mehr. Du hast recht, Briggs hier. Aber wir müssen. Ja. Hey, wir müssen aufpassen, Udi. Nicht, dass das eine Falle ist. Denkst du? Oh. Und jetzt? Wohin jetzt? Nach links oder nach rechts? Aber da ist doch auch nichts, Udi. Haben wir schon gewonnen? Nein. Schau mal. Da geht es noch viel weiter nach oben. Lass uns nach links. Und dann hier. Und dann hier. Vorsichtig, Briggs hier. Wir haben's, Udi. Wir haben's. Sehr gut. Sehr gut. Wir schaffen das, Udi. Hier ist ein Bett. Und hier hoch. Und... Oh. Oh. Das Bett ist ein Trampolin. Und drüber, Briggs hier. Und... Oh. Das war so knapp, Udi. Das ist jetzt ein Trampolin, Udi. Oh, schau mal. Wir müssen da ganz nach oben. Mit den Witten. Meinst du, wir schaffen das? Oh, komm schon. Wir müssen. Okay, komm. Und sprung. Okay, Udi. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Aua. Ich hab's geschafft. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Oh nein, Udi. Oh. Leute, Udi ist runtergefallen. Aber ich hab's geschafft. Da ist noch ein Bett. Da sollen wir anscheinend auch springen. Ah. Oh. Okay, okay, okay. Udi, ich schaff das für dich. Und... Ah. So. Jetzt müssen wir nur noch hier rüber. Und dann... Ah. Es war eine Falle. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Ich bin nicht ganz nach unten gefallen. Nur ein bisschen. Das schaffe ich locker. Easy. Wir müssen jetzt hier einfach wieder hoch. Doppelsprung. Doppelsprung. Doppel... Hä? Ein Doppelsprung. So. Jetzt hier rüber. Oh Gott, der Dussel. Der ist einfach... Wir gehen mal nach rechts. Hier. Dann hier hoch. Da müssen wir die Betten benutzen. So. Boom. Okay. Und hier rüber. Sehr gut. Und da rüber. Sehr gut. Und jetzt hier hoch. Okay. Dann haben wir... Äh. Hallo. Na, wie geht's dir? Oh Mann, der sieht einfach... Der hat den gleichen Haarschnitt wie ich fast. Jetzt müssen wir nur noch auf das Bett da springen. Äh. Und dann... Hier hoch. So. Das eben war aber eine Falle. Wir dürfen nicht nach links. Müssen uns hier halten. Oh, oh, oh. Ach, verdammt. Mann. Oh, ich hoffe, Odi kommt hier langsam hoch. So. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss das wirklich einmal schaffen. Bis zu den Betten habe ich es schon geschafft. So. Wir müssen jetzt einen Doppelsprung machen. Doppelsprung. Doppelsprung. Und hier rüber. Jetzt. Hier rüber. Oh, oh. Nein. Äh. Oh, verdammt. Odi, wo bist du? Ich bin oben gleich. Oh nein. Ich bin gestorben, Odi. Wie das denn? Ich bin von ganz oben runtergefallen. Du Blödmann. Das ist mir auch passiert. Bist du ganz, ganz oben oder hier oben? Ich bin schon... Ah, ich bin runtergefallen, Bregs, hier. Wo? Bist du unten? Ich bin jetzt wieder unten. Komm mal zum Start. Da bist du ja. Odi. Ey, das ist voll blöd. Das ist voll schwer, Bregs, hier. Das ist wirklich schwer. Aber wir sind schon ziemlich weit gekommen. Findest du nicht auch? Ja, finde ich auch, Bregs, hier. Wir waren schon richtig gut. Und Leute, wenn ihr das auch fandet, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Wenn ihr unbedingt mal zusammen mit mir und Odi das testen wollt. Bregs, sie abonniert, Bregs, sie bitte. Bregs, sie abonniert, Bregs, sie bitte. Bregs, sie abonniert, Bregs, sie bitte.